Guten Morgen und ein frohes neues Jahr. Ganz herzlich willkommen zur ersten Sonntagssendung 2020. Kennen Sie das Gefühl, genug zu haben? Vielleicht sogar mehr als genug? Auf die weihnachtliche Geschenkelawine folgt ja oft der Konsumkater. Und deshalb fassen immer mehr Menschen zum neuen Jahr den Vorsatz ausmisten. Auch Antonia Jage reduziert konsequent ihren Besitz. Die Alleinerziehende will künftig minimalistischer leben. Denn sie hat festgestellt, viele Dinge kosten auch viel Zeit. Antonia Jage holt ihren Sohn aus der Schule ab. Die Mutter will ihren Haushalt radikal ausmisten. Das betrifft auch den achtjährigen Leopold. Wir wollen doch in dieses Familienzentrum fahren. Wo ich dir erzählt habe, wo zum Beispiel auch die Leute dann nach Anziehsachen und Spielsachen gucken und so weiter, die sonst eben nicht so viel Geld dafür ausgeben können. Aber wir geben nur Anziehsachen ab, oder? Ja, und Spielsachen möchte ich auch gerne nochmal gucken. Nein. Was wir haben. Doch, ich zeig dir nachher, woran ich denke. Und die Kinder, die dann dort einkaufen gehen, die freuen sich, wenn es dann da tolle Sachen gibt. Okay? Leopold? Ja, aber ich mag nichts von meinen geilen Spielsachen abgeben. Die Herausforderungen bei der Umsetzung minimalistischer zu leben sind natürlich die Kinder. Also einem Kind zu sagen, du brauchst dieses Spielzeug nicht mehr, löst bei dem Kind was ganz anderes aus als jetzt bei mir. Das Spielzeug von Leopold und seiner Schwester Philippa verteilt sich im ganzen Haus. Vieles davon wird nicht mehr genutzt. Antonia will beweisen, auch mit Kindern kann man ausmisten. Wir wollen jetzt einmal ganz kurz durchsprechen, was wir hier von den Spielsachen eventuell. Das sind alles Sachen, die ganz lange schon da drin sind. In zahlreichen Gesprächen hat Antonia ihre Kinder auf das Aussortieren vorbereitet. Schau mal, wir haben das seit sechs Monaten nicht gespielt. Das heißt, wir brauchen es eigentlich nicht. Doch, ich will es aber haben. Ja, ich will es haben, ich will es haben. Seit eineinhalb Jahren lebt Antonia alleine mit ihren zwei Kindern. Es gab einen Bruch im Leben der 37-Jährigen. Die Trennung vom Vater meiner Kinder, weil damit so ein bisschen ein Lebenskonzept einfach kaputt gegangen ist und man dann doch mit Mitte 30 wieder bei Null anfangen muss. Seitdem arbeitet Antonia wieder in Vollzeit. Nachmittags kümmert sie sich um Leopold und Philippa. Der Alltag als Alleinerziehende bringt sie schnell an ihre Grenzen. Ich war irgendwann an einem Punkt, wo ich wirklich gedacht habe, ich kann nicht mehr. Ich kann vor allem Dinge wie aufräumen, putzen, für Ordnung sorgen und so weiter nicht mehr. Und das hat mich in dem Moment echt wütend gemacht. Ich dachte, das kann es doch nicht sein. Irgendwas muss zu ändern sein. Und hatte plötzlich so diesen Moment, wenn hier einfach nur noch die Hälfte der Dinge stehen würde, würde ich mir einfach schon wieder die Hälfte sparen und könnte die ganze Sache mit Putzen und Saubermachen einfach in der Hälfte der Zeit erledigen. Aufgabe aussortieren. Im Keller ihres 160 Quadratmeter Hauses hat Antonia die alte Kleidung ihrer Kinder gehortet. Ich sehe meine Tochter natürlich noch genau. Hier in dem Oberteil ist alles sehr erinnerungsbehaftet. Antonia lernt, loszulassen. Abgelegte Kinderklamotten und aussortiertes Spielzeug sollen nicht einfach weggeworfen werden. Mama, aber wieso willst du die Schaukel weg tun? Weil wir die nicht mehr brauchen, weil die hier bei unserem Baum nicht geht und außerdem habt ihr eine Schaukel. Kannst du es oben auf das Geschirr drauf tun? Ich versuch's. Ungefähr 10.000 Dinge besitzt jeder Deutsche im Schnitt. Antonia hat beschlossen, bei ihr sollen es deutlich weniger werden. Das nicht mehr Gebrauchte soll dahin, wo es anderen noch nützen kann. Im Familienzentrum in H. trifft sie sich mit einer Gruppe alleinerziehender Mütter. Also hat sich aber schon einiges eingesammelt, oder? Wenn ihr wüsstet, was für ein kleiner Anteil das vom Ganzen ist. Viele Alleinerziehende müssen ihr Geld gut einteilen. Second-Hand-Ware ist deshalb willkommen. Für Antonia ist die Weitergabe der Kinderkleidung eine bereichernde Erfahrung. Peinlich ist es, wenn ein bisschen, dass eben die Mamas hier jetzt sagen, oh, das ist so viel. Und ich denk mir natürlich sofort, oh, zu Hause wartet noch mal das Fünffache davon. Aber jetzt find ich's schön, weil ich natürlich sehe, dass sofort alle sagen, ah, das könnte für das Kind und das ist für das. Und letztendlich ich natürlich jetzt live sehe, auch was für eine Freude wir damit bereiten. Und das macht's extrem einfach, die Sachen abzugeben. Minimalistischer Leben bedeutet auch, seine Konsumgewohnheiten zu überprüfen. Dieser Kaufimpuls, denk ich, steht für sehr viel, was wir vielleicht sein wollen. Wo ich jetzt aber mittlerweile für mich gelernt hab, nur weil ich jetzt da eine Lichterkette für meine Terrasse kaufe, bin ich nicht diejenige, die da abends sitzt und ihre Freunde einlädt. Das Nutzloseste, was ich je gekauft habe, war ein, da werden mir vielleicht sogar mehrere Dinge einfallen, ein Mini-Donut-Maker. Ausgemistetes wartet auf die Versteigerung bei Ebay. So auch ein alter Ice-Crusher. Ja, durch den Kauf von diesem Produkt, klar, hab ich gedacht, ich hab wahrscheinlich demnächst tolle Cocktail-Partys zu Hause und hab dann erst später festgestellt, selbst wenn ich diese Cocktail-Partys habe, natürlich einer eigentlich permanent mit so einem kleinen Gerät das Eis machen müsste, also eigentlich total an dem, was ich vielleicht vorhatte, irgendwie vorbei. Das Ausmisten geht weiter. Noch besitzt Antonia mehrere hundert Kleidungsstücke, viele davon ungetragen. Ihr Ziel, eine Capsule-Wardrobe, maximal 50 Teile, alle miteinander kombinierbar. Und dann frage ich mich jetzt wirklich gerade, warum ich eigentlich... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs weiße Hosen hab. Einige Wochen später. Antonias neue Ordnung zeigt schon erste Ergebnisse. Das Ziel, das ich erreichen möchte, habe ich bis jetzt, würde ich sagen, zu 30 Prozent erreicht. Weil einfach schon wahnsinnig viel in meinem Kopf passiert ist. Und jetzt aber sicherlich viel auch die Umsetzung natürlich folgen muss. Weniger Dinge bedeuten für Antonia weniger Ballast. Ihr Leben fühlt sich jetzt wieder besser an. Weniger ist mehr. Ein altes Sprichwort mit neuer Relevanz. Ich müsste auch mal wieder ausmisten. Fällt es Ihnen leicht, Ordnung zu halten? Oder hätten Sie gern jemanden, der erstmal grundsätzlich Struktur ins Chaos bringt? Also, ich gebe ehrlich zu, mir fällt das mit der Ordnung wirklich schwer. Vor allem, wenn man so viele Dinge zu Hause hat. Unser zu viel an Besitz hat einen neuen Berufsstand hervorgebracht, und zwar Aufräumberater. Susanne Bratz ist Aufräumcoach. Sie verrät uns ihre Tricks und behauptet, aufräumen macht glücklich. Manchmal fehlt einfach die Lust zum Aufräumen und ruckzuck türmen sich Berge. Die Japanerin Marie Kondo gilt als die Aufräumexpertin. Ihre Bücher mit Tipps und Tricks verkaufen sich auf der ganzen Welt. Ausmisten, Falten und in Boxen sortieren. Marie Kondo hat einen Nerv getroffen. Aufräumen ist auch Susanne Bratz Leidenschaft. Sie ist Aufräumcoach. Heute unterstützt sie Stefanie. Also, sie sind sehr gut in Sachen wegräumen oder in den Schränken verschwinden lassen. Und ich hätte aber gerne, dass alles wirklich seinen festen Platz hat und da auch immer wieder zurückfindet. Das ist auch so ein bisschen meine, ja, Philosophie, sag ich mal, dass wirklich, das macht das Aufräumen so viel leichter, wenn die Sachen ihren Ort haben. Tipp eins, alles braucht einen festen Platz. Die Küche sieht bei Stefanie eigentlich tipptopp aus, aber bei ihr sammelt sich vieles in den Schubladen. Es ist immer wichtig zu wissen, was drin ist, zumindest zu einem gewissen Grad und in regelmäßigen Abständen, sag ich mal, auch durchzugucken, weil es finden sich, ja, es bildet sich ein Bodensatz einfach. Aufräumen braucht Zeit. Man muss sich wirklich auch zum Teil ja damit auseinandersetzen und sich auch Zeit nehmen, wirklich zu überlegen, brauche ich das noch? Und auch, wenn ich es nicht mehr brauche, was mache ich dann damit? Tipp zwei, genug Zeit zum Aufräumen einplanen. In diesem Regal herrscht ein ziemliches Durcheinander. Hier ist ja wirklich ein bisschen so die Kategorien auch durchmischt und ich denke, da ist auf jeden Fall eine gute Sache, dass die Sachen sortiert werden. Die Spiele sind rechts unten im Schrank, die Bücher stehen links oben, dass das so ein bisschen sortiert ist. Tipp drei, nach Themen sortieren und dann wieder ordentlich einräumen. Ein Rieseneffekt und plötzlich gibt es sogar wieder Luft im Regal. Das Gästezimmer wird schnell zur Abstellkammer. Über die Jahre haben sich so einige Sachen angesammelt, von denen sich Stefanie nicht so richtig trennen kann. Dabei soll ihr jetzt Aufräumcoach Susanne Bratz helfen. Also ich habe wirklich schon säckeweise das Auto vollgeladen und zum Altkleidercontainer gebracht. Und von den Sachen kann ich mich aber jetzt irgendwie noch für den Altkleidercontainer nicht trennen. Wir haben Skrupel beim Aussortieren, wenn wir sagen, wir müssen es wegschmeißen. Das wollen wir nicht. Und das ist ja auch nicht sinnvoll. Das ist niemandem genützt. Aber es gibt heutzutage so viele Möglichkeiten übers Internet, Flohmarkt, egal wie, Dinge eben weiterzuverwenden. Tipp vier also, aussortiertes Verkaufen oder Verschenken. Das befreit. Das ist Ballast, der dann auch, auch mentaler Ballast, der dann abfällt. Jetzt geht's ans Eingemachte, der Abstellraum. Also dieses hässliche Teil kommt mir jetzt als erstes Hinblick, die benutze ich nicht mehr. Die kann weg. Und ist das noch was, was du benutzt? Ich glaube, nein. Den Quadratische? Nein. Fünfter Tipp, nur Dinge aufheben, die man auch wirklich braucht und benutzt. Der Rest weg. Dafür muss man etwas Mut haben, aber es lohnt sich. Es ist schon befreiend und da wird ja schon noch einiges dazukommen, aber ich finde es schon toll, wie viel wir jetzt in dieser kurzen Zeit zusammengerafft haben. Darum geht's letztendlich. Deswegen ja auch dieses glücklich aufgeräumtes geht ja darum, einen positiven Effekt zu schaffen und zu sagen, das war richtig gut. Ich fühle mich, ja, erleichternd sowohl, was die Sachen angeht, aber eben ja auch das Emotionale und das ist ganz wichtig. Noch ein letzter Ratschlag von Aufräumcoach Susanne Bratz. Das Aussortierte direkt wegbringen und beim nächsten Einkauf einfach mal überlegen, ob man die Dinge wirklich braucht. Ja, Dingen einen Platz und Struktur zu geben, das ist eine Sache. Doch wie sieht es mit dem Chaos in uns selbst aus? Ich freue mich jetzt sehr, heute im Studio einen Gast zu begrüßen, der mit seinen Büchern ganz viele Menschen inspiriert, eine innere Ordnung herzustellen. Lars Ahmendt, Bestseller, Autor und Life Coach. Herzlich willkommen bei uns. Dankeschön. Welchen Tipp hast du denn für Menschen, so eine innere Ordnung wieder herzustellen? Weil viele haben ja das Gefühl, es ist wie in so einer Schneekugel, dass die Gedanken alle durcheinander sind und man gar nicht so richtig weiß, was man will. Ich kann jedem empfehlen, mit der Meditation anzufangen. Weil wenn du meditierst, lernst du deine Gedanken zu ordnen, sie an dir vorbeiziehen zu lassen, friedlich vorbeizuziehen und dich nicht mehr damit zu identifizieren. Weil das, was uns Stress macht, das ist unsere Interpretation. Das ist nicht die Welt selbst, sondern wie wir die Welt sehen. Und also die Gedanken stressen uns. Und in der Meditation lernst du einfach zu sein und nichts anderes. Und das führt dazu, dass du dann, wenn du aus der Meditation rausgehst in der normalen Welt, dass du dann nicht mehr gestresst bist, dass du bessere Entscheidungen treffen kannst, dass du Dinge nicht mehr persönlich nimmst und dass du auch in Krisensituationen ruhiger, bewusster entscheiden kannst und dass du einfach entspannter bist. Du hast Bücher geschrieben wie Why Not oder It's All Good. Und ein Motto von dir ist ja, aufgeben ist keine Option. Nun stehen viele am Anfang des Jahres noch hochmotiviert da und sagen, ich mache ganz viel Sport und ich stelle meine Ernährung um, ich werde gesünder leben. Und schon nach relativ kurzer Zeit lässt die Motivation aber total nach. Was ist dein Rat, damit wir doch noch unsere Ziele erreichen und nicht gleich schon nach zwei Wochen aufgeben? Sich zu erinnern, warum man angefangen hat. Jeder von uns hat diesen Wunsch nach Veränderung und irgendwann kommt eben die Stimme im Kopf, die zu dir sagt, ach du bist nicht gut genug, das kannst du nicht und die anderen sind so viel besser. Und wenn du dich dann erinnerst, Moment mal, vor zwei Wochen hatte ich doch dieses Ziel vor Augen und sich dieses Ziel immer wieder vor Augen zu führen, dann hörst du auch nicht auf, dann machst du weiter. Und das ist das eine. Das Wichtige ist aber, dankbar zu sein, dafür es überhaupt probieren zu dürfen. Das musst du erklären. Ja, wenn man sich überlegt, die Wahrscheinlichkeit geboren zu werden als Mensch besteht 1 zu 400 Trilliarden. Das heißt, jeder der hier zuhört, wir zwei, das ist ein Wunder, dass wir hier sind und dass wir das wertschätzen. Und wenn man sich überlegt, es ist es wahrscheinlicher, sechs Mal nacheinander im Lotto zu gewinnen, als diese Challenge machen zu dürfen, als überhaupt am Leben zu sein. Und wenn du die Perspektive auf dein Leben änderst und es einfach wertschätzt, dass du frisches Wasser hast, dass du eine Wohnung hast, dass du einen Job hast, dann ist diese Challenge, die dir vielleicht jetzt mal kurzfristig Ärger macht, gar nicht mehr so dramatisch, gar nicht mehr so schlimm. Weil du erkennst, okay, wow, was für ein Geschenk hier zu sein, was für ein Geschenk und ich stehe jetzt auf und ich gehe zum Sport. Das heißt also, Dankbarkeit ist eine wichtige Grundlage. Demut. Demut und das Warum für sein Ziel erkennen und sich immer wieder hervorrufen, warum man etwas tut, was ist das größere Ziel. Ja. Eine innere Ordnung kann man auch herstellen, wenn man schweigt. Schweigen und Stille haben wirklich was mit innerer Ordnung zu tun und beides einzuüben, das hat eine lange Tradition in den Religionen. Sie können sich wahrscheinlich vorstellen, dass Schweigen für eine Moderatorin wie mich überhaupt nicht einfach ist. Und als meine Kollegen mich auf ein Schweigeseminar schicken wollten, habe ich wirklich mit sehr gemischten Gefühlen dem Ganzen entgegen zu sehen. Also um ehrlich zu sein, ich hatte sogar Angst vor dem Schweigen. Ich hatte Angst vor dem Alleinsein mit mir. Ich bin sonst jemand, der ständig Musik an hat. Sobald ich ins Bad komme, um mich fertig zu machen, mache ich das Radio an. Sobald ich in die Küche komme, um das Frühstück zuzubereiten, mache ich das Radio an. Ich habe immer eine Geräuschkulisse um mich rum, auch im Auto, ich habe immer das Radio an. Und ich habe ja gedacht, ich hatte ja anfangs so ein bisschen Angst vor der Langeweile. Nichts tun, kein Fernseher, kein Buch, kein Handy. Glaubt mir sonst keiner, dass ich das gemacht habe. Sinn. Kollege Mind. Schnell losívelgen. Als ich den Weg runter lief, zum Haus hab ich schon gedacht so. Ja, das sieht aus wie ein Tal der Stille. Scheint nicht viel los zu sein. Dann hat Adelheid die Tür geöffnet. Ich war gleich fasziniert von Adelheid. Und dann legen sie zwei Stücke drauf und dann machen sie zu. Und dann brennt's. Muss ich noch irgendeinen Hebel bedienen? Nein, gar nicht. Der strahlt so eine Ruhe aus und so eine, ich weiß gar nicht, wie man das beschreiben kann, aber so was Weises. Und es wird in Ordnung sein, wenn ich hier alleine bin, weil Adelheit ist da. Also ich geb Ihnen erst mal mein Telefon, ich hab's ausgemacht. Ich hab's ausgemacht, ja. Ich werd Entzugserscheinungen haben. Die eigenen Dinge hochkommen lassen, was kommt denn da hoch? Ohne viel Anleitung. Natürlich dürfen sie lesen, aber das ureigene Denken, das kommt hoch, wenn sie sich nicht von anderen beeinflussen lassen. Und dann hab ich hier in meiner Klausel mein Mittagessen für mich alleine gegessen. Und dann dachte ich, naja, du hast 48 Stunden. Jetzt geh mal in dich. Und saß dann auf dem Stuhl vor dem Feuer und ich dachte aber gleichzeitig, aber eigentlich will ich schlafen. Und dann hab ich gedacht, Moment, du bist hier ganz allein. Du bist selber diejenige, die sich unter Druck sitzt. Du bist selber diejenige, die Erwartungen an sich selbst hat und sich bewertet. Wenn du schlafen willst, geh schlafen. Und dann hab ich mich hingelegt. Es war um halb zwei. Und dann hab ich zwei Stunden geschlafen. Und bin aufgewacht, war ganz frisch. Und es ging mir wirklich gut. Und dann hab ich mich hingesetzt und hab einfach nur das Feuer beobachtet. Und hab einfach nur genossen, da zu sitzen und gar nichts zu tun. Und faul zu sein ohne schlechtes Gewissen. Ich gönne mir faul sein nie, weil ich dann mal denke, ich muss irgendwas machen. Hier konnte ich ja nichts machen. Und das war so schön. Einfach nur ins Feuer zu gucken, gar nichts zu denken. Und dann merkte ich so, ich fahr grad mein System runter. Das Bewusstsein auf den Augenblick legen. Was hörst du jetzt gerade? Was spürst du jetzt gerade, wenn du läufst? Gestern sind wir eine Stunde durch den Wald ganz langsam gelaufen. Ganz langsam. Und ich musste nur hören. Ich sollte nur hören. Wie klingt das Laub? Wie klingen die Vögel? Ich sollte nur hören. Ganz langsam. So viel Zeit mit mir alleine zu sein und nichts zu haben, was mich ablenkt. Gar nichts. Es war so eine Befürchtung von mir, dass ich das nicht gut aushalten könnte. Und dann war ich überrascht, wie gut ich das ausgehalten habe. Und dass ich selbst die viele Zeit, die ich für mich hatte, sogar noch als zu wenig empfand. Ja, das war eine sehr intensive Erfahrung. Da ist sehr, sehr viel hochgekommen in der Stille. Und ich kann wirklich sagen, es war lebensverändernd. Kann ich jedem nur empfehlen zu schweigen. Und Sie haben es gesehen. Ich durfte bei diesem Experiment Adelheit kennenlernen, die mich nachhaltig beeindruckt hat. Adelheit ist leider im vergangenen Jahr gestorben. Das Schweigekloster, das für mich zu einem ganz besonderen Ort geworden ist, das gibt es aber noch. Und das suchen nach wie vor viele Menschen dort in der Stille nach Antworten in sich. Mein heutiger Studiogast Lars Abend ist nicht nur Outer, sondern auch Live-Coach. Wie kann es denn gelingen, dass man solche intensiven Erfahrungen, wie man sie unter anderem auch in einem Schweigekloster machen kann, aber auch in den Alltag übertragen kann, damit das auch langfristig etwas bringt? Sie sichtbar machen. Das heißt, die vielen kleinen Dinge, die wir jeden Tag erleben, die wir scheinbar übersehen, weil wir nur in Eile sind und wir stehen auf und rennen zur U-Bahn und sind in Gedanken immer schon zwei Schritte voraus, einen Schritt zurück zu gehen, in Ruhe zu gehen und die kleinen Dinge wertzuschätzen, den Kaffee am Morgen wertzuschätzen, das Gespräch mit dem Busfahrer wertzuschätzen und die Dinge sichtbar machen und aufschreiben. Zum Beispiel in einem Dankbarkeitstagebuch. Das klingt so ein bisschen oldschool, aber es ist wahnsinnig hilfreich. Jeden Tag drei Dinge, die schön waren, aufschreiben und nach einigen Wochen blättert man zurück und stellt fest, was für ein schönes Leben ich habe, als Beispiel. Du bist ja mit deinen Büchern, gibst du sehr viel Inspiration, dass die Menschen auch wieder einen positiven Blick aufs Leben bekommen. Woher ziehst du denn deine positive Energie? Aus der Dankbarkeit. Mein kleiner Bruder ist schwer herzkrank und der kann ganz viele Dinge nicht machen. Und immer wenn ich aufgeben will, wenn irgendwas passiert, was mich ärgert, stelle ich mir vor, wie würde Daniel reagieren? Und er würde sagen, Lars, ich würde so gerne dein Leben haben. Und automatisch, indem ich meine Perspektive ändere und Demut dem Leben gegenüber habe, dass ich die Chance habe, jetzt hier zu sein und das machen zu dürfen, ist der Jackpot. Und dann kannst du ganz, ganz viel machen, weil du auf einmal dich erinnerst, wir haben nur dieses eine Leben. Und trotzdem tauchen bei vielen Menschen immer wieder Selbstzweifel auf, selbst wenn man sich so etwas bewusst macht, wie das, was du uns gerade gesagt hast. Wie kann man dann mit diesen Selbstzweifeln umgehen, um trotzdem sein Ziel und auch seine Vorsätze zu erreichen und diese Momente wahrzunehmen? Sich selbst zu fragen, ist es richtig? Stimmt das, was ich denke? Ist das, was ich über mich denke, die Wahrheit? Gibt es einen Beweis dafür, dass die Stimme in meinem Kopf recht hat? Und ganz oft wird man eben keinen Beweis finden, sondern es sind nur Unsicherheiten, die von außen herangetragen werden. Und auf Pause drücken, zu sagen, Moment mal, stimmt das? Wenn ja, okay. Wenn nein, okay. Let's go. Das ist mein Leben. So losgehen, gehen, 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 machen, machen, machen. Machen, 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 machen wir. Vielen Dank, herzlichen Dank, Lars, für deine Inspiration. Ja, liebe Zuschauer, arbeiten bis zum Umfallen. Wer das tut, der galt ja lange Zeit als fleißiger und guter Angestellter. Doch inzwischen haben große Unternehmen festgestellt, dass zu viel Stress Probleme verursacht. Die Gedanken kreisen. Die letzte Sitzung, der nächste Call-Handy-Piepen-Ärger mit dem Chef-E-Mail-Flut-To-Do-Listen. Dann pausiert der Alltagsstress. Wir sitzen und atmen. Morgen Meditation beim IT-Riesen SAP. Im Raum der Stille sollen die Mitarbeiter abschalten, Achtsamkeit üben. Vom Arbeitgeber geförderte Entspannung. Anfangs waren viele skeptisch. Ich war sehr skeptisch. Aber je mehr man Meditation trainiert, je leichter ist es, zu der Mitte zu finden. Es bringt mir mehr Gelassenheit im Alltag, mehr Fokus und reduziert mein Stresslevel enorm. Der Funke soll von den Mitarbeitern ausgehen. Informatikerin Tanja Schettler hat sich zur Achtsamkeitstrainerin ausbilden lassen. Sie bringt ihren Kollegen bei, öfter innezuhalten, statt vorschnell zu agieren. Es geht eben gerade nicht darum, im Hamsterrad immer schneller zu laufen und mehr zu machen. Sondern auch mal zu merken, Moment mal, jetzt ist hier aber zu viel. Ich brauche jetzt mal eine Pause. Und das leistet Achtsamkeit. 9000 Mitarbeiter weltweit haben das Achtsamkeitstraining schon absolviert. Projektmanagerin Susanne Andersson war eine der Ersten. Seit sie achtsam arbeitet, mehr auf die Signale ihres Körpers achtet, fühlt sie sich weniger gestresst. Wir haben Mobiltelefone, wir haben Laptop. Ich stehe gerade in einem Großraumbüro. Es ist sehr viel Trubel rund um einen. Man muss eigentlich nur die Augen schließen, einen Atemzug nehmen, festhalten, spüren und dann ist es wieder vorbei. Einatmen. Studien zeigen sogar, wer regelmäßig die Aufmerksamkeit auf den Atem lenkt, verändert die Architektur seines Gehirns. Anfangs wurde der Leiter des Achtsamkeitsprogramms belächelt. Doch mittlerweile läuft das Ganze so erfolgreich, dass SAP das Konzept an andere Firmen verkauft, mit Achtsamkeit Geld verdient. Das ist auch, was wir gerne machen möchten und was wir tun, dass wir im Grunde so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe geben, dass wir halt zeigen, wie kann man so ein Programm aufbauen, wie kann man Lehrer ausbilden, dass es aus dem Unternehmen heraus wächst. Um eine andere Form von Stressreduktion geht es in dieser IT-Agentur in Bielefeld. Die Mitarbeiter arbeiten nur noch 25 Stunden die Woche, bei vollem Lohn. Wir haben ein intensives Privatleben heutzutage. Wir haben ein Berufsleben, was ganz schön viele Herausforderungen und Ansprüche stellt. Wir müssen immer Lösungen entwickeln und immer mit dem Kopf wirklich fokussiert dabei sein. Und das kann man nicht schaffen, wenn man acht Stunden auf diesem Level arbeiten muss. Und ich glaube, wir können es mit dem Fünf-Stunden-Tag schaffen, dass wir eine gute Balance hinbekommen. Um das Arbeitspensum in fünf Stunden zu schaffen, wurden die Sitzungszeiten reduziert. Private E-Mails und Anrufe sind tabu. Der Blausch unter Kollegen entfällt. Also jetzt gerade. Also wir mussten natürlich ein bisschen wieder daran erinnern, weil die Ladstärke manchmal ein bisschen höher war. Aber ansonsten ist es eigentlich echt still hier, muss ich sagen. Um 13 Uhr ist Feierabend. Janine Kunz hat einen kleinen Sohn. Das neue Arbeitszeitmodell ist für sie ideal, um Kind und Karriere unter einen Hut zu bekommen. Und es fördert die Gleichberechtigung. Ich finde, das Konzept ist ein Erfolgsmodell für alle. Weil jeder Mitarbeiter dadurch, wenn jeder um 13 Uhr Feierabend macht, wird ja jeder Mitarbeiter zum gleichberechtigten Teammitglied. Und so können auch Männer dann nachmittags die Zeit mit ihren Kindern genießen. Zurück zu SAP. Susanne Andersson hat sich heute zum achtsamen Mittagessen angemeldet. Inmitten des Kantinentrubels essen sie und ihre Kollegen schweigend. Bewusst schmecken, abschalten, so tanken sie Energie für den restlichen Arbeitstag.